Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, diesmal mit der Version 1.5 und dem Jonas, ne? Hallo! Jonas, du hast deine Goku da vergessen. Wo? Da, 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 du. Aha, ach so. Okay, ja, wir haben angefangen gestern eine Sortiermaschine zu bauen und wollen die heute jetzt ganz gut fertigstellen. Ja, ich bin nicht dabei, sondern du mit Carsten, oder? Genau, ich und Carsten haben das gebaut. Und jetzt müssen wir noch ein paar Redstone-Kompaktoren dahin setzen. Kommst du mit? Und du auf Wurf lernen kannst, wenn du Jonas her. Hier sieht man die ganzen Kisten der Sortiermaschine. Den Trick, dabei seht ihr, es sind alles einzelne Kisten. Sprich, man hat hier keine Doppelchests. Das sind eine Mischung aus normalen Kisten und Redstone-Kisten. Das ist so ein kleiner Trick, dass man einzelne Kisten baut und möglichst viel sortieren kann. Jetzt haben wir hier hinten eine relativ simple Schaltung. Ah, das hab ich gar nicht gesehen. Nö. Hast du dich gesehen? Du musst mal aufpassen, meinen Jungen. Ja, okay. Jetzt setzen wir hier diese Kompaktoren hin. Wenn die jetzt nochmal hingehen. Scheiße. Und ja, gute Frage. Ja, ich muss jetzt gucken, jetzt muss die Teile jetzt hier hinsetzen. Ich glaub, wir müssen mal die Trichter hier abbauen. Sonst geht das nämlich nicht. Ja, wir bauen mal die Trichter nochmal ab. Wir müssen die Teile nämlich so hinsetzen, Jonas. Die Trichter kann man... Die Trichter kann man... Die obere Reihe kann man... Die Trichter kann man... Ja! Du hast doch gesagt. Nee, warte. Und die musst du hier ansetzen, warte. Die müssen nach da zeigen. Okay. Äh, du musst Shift dabei drücken. Äh, Shift, ja. Drück mal Shift und dann gegen den Repeater bauen. Nee, 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 nee. Guck mal. Du siehst der? Du musst gegen den Kompaktor bauen. Äh. Du musst... Dein Arsch musst du schon wegnehmen, sonst kommst du nicht ran. So. Ja, sauber. Genau. Bist du nicht egal, in welche Richtung? Nee, nee, der muss irgendwie nach hinten leiten. Ich hab das auch nur im Internet gesehen. Hab das aber klunk nachgebaut. Hauptsache es funktioniert. So, jetzt kommen hier die Teile hin. Übrigens alles sehr anstrengend in der Produktion. Aber auch für jeden... Für jede... Äh, wie hab ich... Wie nennt man das? Für jeden Trichter? Warten. Ja. Achso. Ja, man braucht für jeden Trichter eine Kiste und fünf Eisen. Das ist schon eine relativ hohe Menge. Kompaktoren. Braucht man immer dreimal ähm... Drei Cleanstones, drei Redstone-Facke und noch dann einmal ähm... Nee, der Quarz. Also das ist schon... Anstrengende Sache. Das haben wir dann ein bisschen erfarmt. Und teils noch unseren Lagern geschlagen. Und ja... Geschafft nach 10 Minuten. Sag mal... Ich hatte grad... An welchen Trichter müssen Trichter drin sein. Mit der scheint grad einer reingefallen zu sein irgendwo. Ist das denn ein Trichter-Trichter? Ja, weiß ich nicht. Ich hab ihn! Da ist er. Da war ja Tor drin. Ja, weg da. So. Ich setz mal die... Die Trichter hier hinten noch hin. Hier ist ein bisschen eng. So. Äh. So. 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 Ey! Tagespflicht! Jaja, das ist... Muss wir gestern unweigerlich größer machen. Wo ist der Trichter hin? Da ist der Trichter. Ich weiß. Ihr seid echt Kellerkinder. 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 So. Jetzt haben wir das. So. Das ist die Technik. Jetzt bauen wir mal hier vorne. Wir bauen mal hier eine Sammlung. Kannst du mal reingucken, Jonas? Cool. Guck mal. Es muss jetzt so gebaut werden. In den Trichter. Da kann genau 18 Sachen halten. Das habe ich so gelernt. 18. Genau. Da kommt hier einmal ein 18 rein. Dann gibt er durch ein Signal aus. Und sperrt den. Wenn ich jetzt einen Block... deinen Dirt-Block dazugebe, flitsch der durch. Genau. So. Hast du Cobblestone? Ne, ne? Ähm... Ja, doch. Ja, dann gib mir Cobblestone her. Ne. Ich will haben. Danke. Da hast du. Genau. Die Maschine sortiert jetzt dann gleich Cobblestone und... Ähm... Dirt. Und was anderes. Weiß nicht. Soll die noch was anderes sortieren? Ich weiß es gar nicht. Das hat mir Carsten nicht gesagt. So. Was soll in der Maschine noch sortieren? Was sind doch so, ähm... Ursprüngliche... Ähm... Ne, da braucht man... Letztendlich ist Uncool. Ähm... Was man so Minen abbaut. Erze und so'n Scheiße. Dafür bräuch ich's für die ganzen Erzblöcke. Achso. Okay. Ähm... Ja. Kohle. Ja. Stimmt. Genau. Genau. Da brauchen wir Kohle. Geh mal oben in der Kiste. Schau, da muss irgendwo Kohle in der Kiste sein. Ich setz jetzt mal hier drunter erstmal. Hier sieht deine Redstone Fackel da unten übrigens auch. Könnt ihr auf der Seite mal sehen. So ein bisschen. Ne. Das ist die Technik. Relativ simpel gebaut. Nicht groß Mischmasch hier. So. Ne. Der Dirt kommt da hin. Das setzen wir mal hier einen Dirtblock hin. Gibt's noch eine bessere Ortsangabe von der Kohle? Sagst du, ob es eine bessere was gibt? Ortsangabe. Ähm... Ja. In dieser Kiste. Hier. Danke. Hab ich schon erledigt. Hm. Da hab ich nicht geschaut. Alle Kiste durchgeguckt, nur die Kiste nicht, wa? Hm. Ich hab wirklich alle durchgeschaut, plus die drei nicht. Oh man. Gut. Das muss ich mal hier wieder die Kohle einbauen. Achso. Wir brauchen dann noch... Ne. Kohle. Kommt da rein. Genau. So. 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 Und so. Was gibt's noch Kohle? Ähm. Eisenerzblöcke. Wir können ja gucken, ob wir noch Erze haben. Erzblöcke. Ich hab acht. Achten. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Hier sind nochmal acht. Dann haben wir 16. Dann brauchen wir noch mehr Eisenblöcke. So. Soll ich in die Abbau gehen? Und zuhause schauen bei mir? Da hab ich bestimmt noch. Ja du läufst ziemlich lange, aber ich guck mal. Ich hab mit meiner Drop Chest. Ach ich hab hier. Ich brauch's nicht zu laufen. Ich hab hier drin. Und jetzt können wir auch noch den hier hinsetzen. Äh. So. Dann setzen wir den mal hier hin. Da kommt dann einer so hin. Ach ne. Die Kohle wird schon sortiert. Ja. Wie weißt man jetzt Kohle nach? Ne? Ja. Es fehlt so ein Bilderrahmen, wo man die Kohle mit in den Rahmen eintragen kann. Aber die Rahmen verschwinden ja leider immer auf dem Server. Ja. Wartig. Ja. Zum Thema Server. Ihr könnt bei uns auch gerne immer mitspielen. Das so ist nicht. Einfach. Das Loch mir muss abgedeckt werden. Ich bin da reingefallen. Da kommen wir bei so einer nächsten Sache. Und zwar. Das könnten wir jetzt eigentlich direkt mal bauen. Trichter haben wir nicht mehr, wa? Nein. Kriegst du noch welche gebaut? Kisten sind hier. Ach hier liegt noch ein Trichter. Aber hier bräuchte ich noch einen Trichter. Oh hier war noch Ritz. Wartigstern ist immer gut. Wartigstern ist immer gut. Also ne Kiste steht hier unten. Unten stehen noch Kisten. Aber am besten. Ja. Machen wir noch mal einen Trichter bitte. Bräuchte ich noch. Ah. Wart los. Eine Spinne. Eine Spinne. So. Dann gehen wir mal hoch. Und jetzt geht es nämlich an die Maschine. Die muss ja auch funktionieren. Aber die tut ja gar nicht die Spinne. Okay. Jetzt passt noch den Trichter so. Ja. Also den Trichter, den setzen wir hier hin. Jonas macht noch den letzten Trichter. Mach ich? Machst du doch, oder? Einen Trichter brauche ich noch. Ich hab keine Kiste. Ähm. Und ein... Ja, das sind noch 21 Kisten. Toll. Die hab ich vorhin gar nicht gesehen. Und dann brauche ich einen Wassereimer. Die waren ja auch irgendwo. Äh. Isch. Da die Wassereimer. Gehen wir in den Keller. In den Galar? Galar. Ja. Gehen wir in den Galar. Galar. In den Galar. Achso. dann müssten wir jetzt bräuchte noch ein paar andere materialien so glas bin ich schlecht ich guck mal ob wir glas haben und zwar bauen wir jetzt diesen itemfluss alter bin ich heute bescheuert hier glaube ich auch ich krieg hier nicht mehr hin oh nö das kriegst du schon hin ok ich bin dumm wieso ich hab versucht eisen und trichter zum trichter zu machen was war es noch mal was war es noch mal wie macht man trichter die kiste kommt in die mitte ach so die kissling stimmt hab ich vergessen oh mein gott der jonas ist vergesslich hallo tosti der tosti der kommt auch mal gerne ab und zu zwischendurch online die frage was er macht er verpisst sich dann auch wieder genau das macht er ähm jonas hast du ne axt mit zilk touch hüt nö behüt nö dass man die blöcke abbauen kann blöcke die man abbauen dass man die blöcke so abbauen kann wie sie sind äh nein scheiße weißt du ob jemand sowas hat ich glaube der flo hat was ist die frage wo flo es hat weil ich brauche nämlich ähm oder nee eisblöcke ich sprache eisblöcke nee eisen eis 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 ich mag eis speise eis toll so wie muss das weiter wasser fließt acht blöcke lang dann muss ich das wasser dahin klatschen so einmal wieder außen rum ich laufe zur burg und mal schauen ob er sowas hat ok cool auf jeden fall brauchen wir irgendwie eisblöcke das macht die sache ganz entspannt da ich mach mal hier ähm ein so hin ach so kein eisblock sondern mehrere ähm drei stücke so jetzt könnte man da oben sehen wie das wasser fließt das könnte man eigentlich auch austauschen das würde euch schicker aussehen oder was sagt ihr ja das tausche ich auch noch aus das tausche ich auch das sieht so besser aus besser so sehen was im fluss auch lang fließt weißt du das sieht dann natürlich geil aus da muss da drüber jetzt nochmal den stein jetzt einfach spontan so ach da ist ja schon der fußbohren ah spinnen ah zombies geht weg geht weg geht weg sooo da im falschen eisenschwert jajaja das ist einer kaputt ach man sooo ich kann ja keine sachen verzaubern mehr oder keine sachen reparieren eher gesagt was komisch ist ach stimmt reparieren war das weil kars kars ich hab letztens geguckt und die bezaubern ging eigentlich alles aber es war beim reparieren ja 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 das geht bei mir nicht ok gut zu wissen so kommen die dahin da kommt dann muss man noch wissen wo flossen seine hütte hat ähm relativ am anfang der stadt hat er das eigentlich gebaut sooo es kommt da wasser rein kann man sieht dass das wasser fließt hier hast du schon gekennzeichnet oder ne ne ach guck mal der ein trichter sammelt ein sooo ich glaub das ist floh seine hütte wenn ich keine permission hab sooo da kommt der scheiß denn runter trichter trichter hast du noch nicht gemacht war äh doch die hab ich dabei ja toll ja toll ja toll jetzt ist hier dunkel fuck jetzt hör mal hier unten hin und die sachen fallen da unten reiten dann sollen sie hier hin fallen natürlich jetzt ein kleiner fail dass die technik hier steht und nicht da aber das leiten wir einfach um ich kann aber mal robert fragen ob er schnell umkommt und also ob er das machen kann ja wir machen erstmal ne pause und dann geht's auch gleich weiter schön bitte denn ciao